Eine ganz häufige Frage im klinischen Alltag ist die nach den Risikofaktoren, die mein individuelles Typ 2 Diabetes Erkrankungsrisiko treiben. Und hier gibt es zwei große Gruppen. Das ist zum einen die Gruppe der Faktoren, die kann ich leider nicht beeinflussen. Das ist etwas wie Genetik, also eine familiäre Prädisposition oder auch mein Alter. Je älter, desto höher das Risiko an einem Typ 2 Diabetes zu erkranken. Auf der anderen Seite kann ich dieses Risiko dadurch minimieren, indem ich andere Faktoren, die ich wiederum gut beeinflussen kann, positiv moduliere. Das sind zum Beispiel mein Körpergewicht, also das Verhindern oder auch die Therapie von Übergewicht oder Adipositas. Meine Ernährung, ausreichend Ballaststoffe ist hier das Stichwort. 30 Gramm am Tag, Vollkornprodukte, Gemüse und vor allem eine ausreichend körperliche Bewegung, das heißt mindestens 30 Minuten flotte Spaziergänge am Tag oder die Integration von Bewegung in meinen Alltag. Lieber das Fahrrad statt das Auto oder die Treppe statt dem Fahrstuhl.